Ganz anders die Ökopiraten der Sea Shepherds. Wir schwenken keine Fahnen, wir bitten nicht unter Tränen um das Leben eines Tieres, wir stoppen die schlechter. Das sagt Paul Watson, der vor 30 Jahren die Umweltorganisation Sea Shepherds gründete, was auf Deutsch so viel heißt wie die Hirten der Meere. Und wie rabiat und effektiv die vorgehen, das zeigt jetzt ein Dokumentarfilm, der Mut und Spaß macht, findet Jutta Luise Oechler. Wer Wale abschlachtet, kommt meist ungestraft davon. Aber er kennt da kein Pardon, der berühmt-berüchtigte Umweltpirat Paul Watson. Sie sind in einem Walschutzgebiet, was Sie tun ist illegal, verschwinden Sie. In seinem Wahlkampf heißt es nicht reden, sondern rammen. Seine militanten Methoden sind umstritten. Für die einen ist er ein Gott, für die anderen ein Ökoterrorist. Sie schimpfen mich Terrorist, aber wenn sogar der Dalai Lama von den Chinesen als Terrorist bezeichnet wird, kann ich damit leben. Wer ist dieser Rebell der Meere? Seit seiner Kindheit kämpft der Kanadier für den Schutz der Meere und gegen ihre rücksichtslose Ausbeutung. Er gehört zu den Gründungsmitgliedern von Greenpeace, da ist er gerade 20. Die erste spektakuläre Aktion, er und ein Freund stoppen unter Einsatz ihres Lebens einen Eisbrecher, um die Robbenjagd zu verhindern. Dieser Moment gilt als Geburtsstunde der modernen Umweltbewegung. Watson wird berühmt und überwirft sich wenig später mit Greenpeace. Greenpeace ist doch nur noch ein Feel-Good-File. Die Leute treten ein, um ein gutes Gewissen zu haben. So große Organisationen kriegen doch nichts auf die Reihe. Nur kleine Organisationen oder einzelne erreichen wirklich etwas. Nur deren Leidenschaft verändert die Welt. Wenn eine Organisation zu groß wird, wird sie bürokratisch und seelenlos. Watsons Organisation, die Sea Shepherd Conservation Society, kommt ohne viel Bürokratie aus. Auf den vier Schiffen arbeiten ausschließlich Freiwillige. Etliche bezahlen sogar dafür, in diesem coolen Kampfbund mitzumachen. Wehe, wenn Watson kommt. Wir sind ein Stoßtrupp, kein Diplomatenverein. Mit ihren waghalsigen Aktionen machen sie den Job, den eigentlich Küstenwachen und Marine tun sollten. Selbst Justiz? Es gibt all diese schönen internationalen Schutzgesetze, aber keiner setzt sie durch. Wir Sea Shepherds brechen keine Gesetze, wir erhalten sie aufrecht. In 35 Jahren sind wir noch kein einziges Mal wegen einer Straftat verurteilt worden. Der Zweck heiligt die Mittel. Besonders solche Blutorgien will er verhindern. Dazu setzt Watson auf Guerillat-Taktiken. Die Sea Shepherds werfen Rauch- und Stinkbomben und schießen mit Wasserkanonen. Manchmal wird die Bordkanone auch mit faulen Eiern geladen. Damit die verheerende Treibnetzfischerei ein Ende hat, holen Watson und seine Mitstreiter die kilometerlangen Netze ein und zerstören sie. Wen all das nicht abschreckt, der wird gejagt und gerammt. Schön, Sie zu treffen. Gern wird auch mal versenkt. Aggressive Gewaltlosigkeiten entworzen das und meint Gewalt gegen Sachen. Die Bilanz besiegter Feinde wird stolz an die Schiffswand gepinselt. In unserer gesamten Geschichte haben wir noch nie jemanden verletzt. Im Gegenteil, bei unseren Einsätzen in Japan hat man mehrfach versucht, uns zu töten. Die, die die Ozeane zerstören, dürfen offenbar Gewalt anwenden, während wir ständig aufpassen, dass niemand zu Schaden kommt. Zu Watsons Erfolgskonzept gehört der äußerst kreative Umgang mit den Medien. Wovon es keine Bilder gibt, das ist nicht passiert. Da wird schon mal ein Konflikt provoziert, um die Presse zu füttern. Positiver Nebeneffekt. Wer so viele Kameras um sich hat, wird nicht verhaftet. Können Sie mich morgen nochmal anklagen? Schiffe versenken macht Spaß. Und der spielt eine große Rolle bei den Sea Shepherds und auch im Film. Bekenntnisse eines Ökoterroristen ist amüsant, abenteuerlich und aufrüttelnd zugleich. Erfrischend anders. Kein Betroffenheitsgejammer, keine leeren Parolen. Diese Spontis der Nehre demonstrieren nicht. Sie tun was. In einem Interview sagte Paul Watson mal, der neben der Ironie auch das Pathos liebt, wir sind Piraten des Mitgefühls und wir verfolgen Piraten der Gier und des Profits. Und wir sprechen jetzt zum Beispiel des Mitgefühls. Herr, wir sind die Linken, dass wir die Linken da untertitelze itbehalten haben.